Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werden wir mal nicht Fortnite zocken, sondern wir werden rough zocken. Das Ganze werden ein paar Highlights aus dem Stream sein. Also wenn ihr natürlich da nichts verpassen wollt, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Einen ziemlich fetten Iceberg. Passt schon alles. Hallo, komm bitte. Insel Instant. Ey, lass kurz auf die Insel. Wir müssen aber auf die Insel. Die anderen geht ein auf die Insel. Ey, man, sie hat nicht mehr. Natürlich. Du musst zu mir kommen. Hallo. Ja, ja. Keine Sorge. Ich werde gleich nur vom Haar gekillt. Du musst mal wieder raus. Ich bin gerade hier nicht. Machst du die Top-Angler? Ja, du wirfst zu weit. Perfekt. So, zeig mal. Zwei Kinnig. Ja, okay. Kinnig mir. Okay. Okay. So nicht mit Jungen. Meiner. Ich merks. Ich merks. Ich bin so kacke. Das ist wirklich fast. Ich kipps. Ich bin tot. Ich bin tot. Nee. Ich habe nicht gestorben. Ich angel dich einfach. Ja, nicht gestorben. Ja, das wäre halt echt krass gestorben. Ja, was für nicht mal einen Raft hast du aim. Ich habe in jedem Game aim. I doubt it. Schrott ist so rare einfach. Komm. Yalla. Ja, ich merks. Oh, 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 oh. Brauch ich noch ein Zeil? Ist das wrong? Auch noch 10? Ja, ganz dringend. Nur dringend. Kann ich dir geben? Ja, kannst du rausnehmen. Du musst dir auch eine Tasse machen, so. Mach dir auch eine Tasse. Gemüse. Blicke, schau mal zu mir. Ein paar Tipps, die du noch mitgeben kannst für morgen. Einfach konsistent sterben. Ich hatte 40 Planks, 40 Palmenblätter. Alles 40 Stück. Die haben einen Anker. Wo haben wir einen Anker? Da. Die laste Insel. Ah, wir haben kein Ding. Nein, was machst du denn? Mach nichts. Hast du den abgebaut? Ja. Du bist so stupid. Hä, warum? Ich dachte, wo kannst du ihn wieder hochziehen dann? Nein. Schade, Liga. Was? Ein Blatt. Super, mir fehlt ein einziges Seil. Das ist egal, nicht so. Ich habe ein Seil. Nein, ich brauche das. Ich bin gestorben. Ich brauche jetzt erstmal ein Seil. Hab ich ihn? Ich bin damit gestorben. Oh. Da habe ich es. Da habe ich es. Da habe ich es. Jetzt, watch this. Du wirst super proud of mich sein. Ja. Ja. Gönn dir doch einfach. Wo? Wo denn? Wo denn? Habe ich alles geschafft? Da. Siehst du es nicht? Nee. Nee, ich habe es nicht. So researching. Hast du den Research-Tabell? Hm. Ich habe nicht researching. Researchen. You're such a fucking host. Alla wild. Hm. Schrott? Maybe. Alla wild. Blumen? Nö. Blumen? Nö. Welcher? Nö. Weil du, Faye, du bist du. Ich hasse dich so, ne? Warum? Du hast mittlere Anbau-Sache gelernt. Du hast Stuhl gelernt. Wo ist das? Wo ist das? Unser Wind-Ding. Ah, das ist unser Wind-Ding. Ah, perfekt. Ah, perfekt. Du riechst auch komplett falsch. Du riechst komplett falsch. Nein. Da kommen wir nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Du bist auch behindert as fuck. Oh, no. Du bist lost einfach. Fuckst mich so ab. Wie soll? Guck. Schau dir den Weg an, in die es in die Richtung geht. Und schau dir an, wie lange es in die Richtung geht. Das ist tausendmal kürzer. Ah, da collection nicht. Ich lasse mich nach unten. Das ist wie gekünft. Nein, das ist gar nicht, Mensch. Hier in die Seite kommen die Netze hin. Kommt überall ums Boot rum, bist du los? Nein. Das ist übel dumm. Eine Reihe. Wir machen ein ganz, ganz langes Boot und bauen überall Netze hin. Ich hab null. Hallo, hallo, hallo. Lecki, ich bin stark. Hol mich, hol mich bitte. Du bist auch dumm. Ich bin dumm. Ich wärst gestorben. Ich hatte nichts. Weißt du, ich habe immerhin mein Essen nicht gewastet, sondern ist angebaut. Kennst du so etwas? Nee, ich glaub nicht. Was du mich nie machst. Hä, du bist sonst an. Ah, was? Ich hab endlich auch mal ne Axt. Ich hab kein Wasser mehr. Meine Wäsche. Auch mal kein Wasser mehr haben. Was denn? So, unser Boot ist gleich abgekauen. Abgekauen. Gegessen wurde. Es wurde vom Hai gefressen. Das ist das, was ich sagen wollte. Das ist kackt. Wo ist unser Boot? Ich bin unser Boot nicht mehr. Ich geh jetzt keine Orientierung, wenn ich so lost bin. Holst du mich ganz wiederbeleben? Ich hoffe, dass du mich schlägst. Ja, musste aber. Mist. Was ist jetzt alleine weiter? Bitte. Oh, boll, guckst du schon wieder. Wie kannst du jedes Mal sterben? Du kennst echt nicht. Du hast nicht gett sein. Sowas ist nicht an dir erlaubt. Gutt, egal. Wo bist du? Du musst irgendwo zum Boot kommen. Ich seh dich nicht mehr. Ich bin glatt. Ja, wo? Irgendwo ein bisschen unter Wasser. Oder vielleicht da, wo du auch vorher warst. Digga, sag mir nicht mal rein. Hast du viel Loot dabei? Ja, übel viel. Mit Kassenloot? Sehr Kassenloot. Das geht einfach weg, damit ich gleich wieder anstuck. Und wenn die... Ah, chillig. Nein. Mein PC ist mal wieder gefriest. Tatsächlich scheint es nämlich auch in dem Game. Was? Ich hoffe, du willst jetzt einen Kanal in einer Box bringen, damit ich ein bisschen Schrott hab. Hä? Oder geht das nicht? Jetzt brauche ich noch ein Palmenblatt. Ein Palmenblatt. Bitte ein Palmenblatt. Hast du ein Palmenblatt? Ich habe es dir schon gejobbt. Nein, Chris. Du hast mir nur Schrott gejobbt. Ich brauche ein Palmenblatt. Bitte? Bitte, give me one Palmenblatt. Ich habe dir ein Palmenblatt gejobbt. Nein, ich komme nicht. Hier, komm zu mir. Ich komme zu dir. Hier ist ein Palmenblatt. Das hast du genommen. Boden. Boden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im Bauvideo.